Hi, ich bin Oliver Montemann und ich möchte euch mit ihm auf eine DJ-Tour nach Australien. Ich befinde mich hier auf einem Zwischenstopp in Bangkok und nach 10 Stunden Flug ein bisschen getrashed, aber das gehört dazu. Jetzt geht es weiter nach Melbourne. Noch mal 10 oder 12 Stunden. Kommt einfach mit. Hier ist die Boardkarte, da ist der Flieger. Auf geht's. 15 Minuten noch, dann ist Showtime. Die Champagnerbecher haben den richtigen Namen drauf, kann nichts mehr schief gehen. Ja, jetzt sind wir wieder Backstage, diesmal in Perth. Musik und ich nutze ein paar freie Tage, um mir einen lang gehegten Traum zu erfüllen. Ich erkunde mit dem Mietwagen die Great Ocean Road. Bis zum nächsten Mal. Die Ausstrahlung sind sehr enthousiastisch. In den Beginn sie schauen und schauen, was passiert. Die Ausstrahlung gehen, aber nach einem einen Moment, wenn sie in die Ausstrahlung gehen, dann geht's sie schlafen. Ich mag es. Ist alle auf der Ausstrahlung behaving? Oder ist es ein bisschen roter? Sie sind alle auf der Ausstrahlung. Okay. So you don't have any ghosts? That's secrets. Ganz spontan habe ich mich entschlossen, meine Play 4 hier in Melbourne aufzunehmen, heute Nacht im Roxanne. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mal schauen, was da passiert. Ich denke, es rockt. Gestern Nacht noch mal eine Play Mix CD aufgenommen. Vier Stunden lang. Phänomenal. Hat total Spaß gemacht. Morgen geht es nach Hause. Drei Tage zu Hause. Dann weiter nach Miami, Toronto und El Paso. Vielleicht sieht man dich.